Also auf dieser Seite des Gebäudes bekommt man relativ wenig Zug, auf der anderen Seite kann es schon mal ziemlich heftig werden. Ja, hier ging es früher mal zu den Gleisen. Doch inzwischen hat die Kunst den alten Ostbahnhof fest im Griff. Und schnell auch mich, denn die Künstlerin Raffaela Kula hat mich in ihrem Atelier bald am Wickel, beziehungsweise am Wickeln. Neben Farbe und Leinwand arbeitet die 50-Jährige mit Sisal und gerne auch mal mit Stacheldraht. Wie ist das? Bekommt der Künstler, wenn er sowas macht, dann keinen Lohn, sondern eher Schmerzensgeld? Schmerzensgeld leider auch nicht. Das wäre vielleicht noch ganz schön, so eine Versicherung zu entwickeln. Aber das ist ja grundsätzlich das Dilemma, Kunst und Lebensunterhalt. Aber irgendwie scheint es dann doch zu gehen mit dem lieben Geld. Denn direkt am Gleis hat sich die Künstlerin ein kleines Paradies geschaffen. Mit allen Risiken und Nebenwirkungen. Neulich sonntags morgens kam hier so ein Mann mit seinem Jungen lang, die sind ja irgendwie Fahrrad gefahren oder so. Und dann sagte der Kleine, der war vier, ey, die haben schon auf, kann ich ein Eis haben? Das fand ich auch gut. Ich hatte kein Eis, aber ich konnte ihm dann was anderes angehen. Vielleicht ein kleines Kunstwerk überreichen oder sowas. Ich war dann bei Schokolade, das war dann auch okay. Früher war auf dem Langen Kampe eine ziemlich farblose Gegend. Doch seit einigen Jahren sind die Maler hier unterwegs. Und schon machen die Häuser aus den 30ern eine bella figura. Ein bisschen Mittelmeer mitten in Ostwestfalen. Und die Gelassenheit färbt offensichtlich auch auf die Menschen ab. Büro auf dem Bürgersteig. Hier treffen sich einige der 1500 Siedler der Wohngenossenschaft Freie Scholle und reden mit ihrem Quartiersbetreuer über Gott und die Welt und den Flurdienst. Auf dem Langen Kampe, in drei Schlagworten, was würde Ihnen da einfallen? Herrliches Wohnen, schön grün, nah angebunden an Naherholung und ÖPNV. Und das Wohnen ist einfach schön. Der Bus ist auch gerade schon da. Sehr schön. Und damit es hier weiterhin so nett bleibt, müssen die Dachdecker ran. Bei Regen, Hagel oder glühender Sonne. Und es hilft ja nix. Wer mit den hitzebeständigen Jungen reden will, muss selber hoch. Woher kommt das? I'm the king of the world. Doch dieses Wetter ist selbst für Dachdecker fast zu heiß. Aua! Um die 60 Grad hat das Dach bei diesen sommerlichen Temperaturen. Wir sind in 8 Meter Höhe, Sven Ebeling. Sonnenschutz hier oben? Auf jeden Fall. Also unter Sonnenschutzfaktor 50 ist hier gar nix. Also wie gesagt, ohne geht gar nicht. Mütze verlinke ich mit meinen kurzen Haaren. Ich habe ja kaum noch welche. Aber da haben Sie noch ein paar. Da sind noch ein paar da. Irgendwo muss der Schutz hier herkommen. Aber sonst ohne Schutzfaktor geht gar nicht. Zurück auf dem nur wenig kühleren Boden und zurück in die Vergangenheit. Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf dem Langenkamp Bewohnungen für Ostflüchtlinge gebaut. Für sie gibt es auch ein Denkmal. Doch auch heute noch finden wir hier Menschen, die ihre Heimat verlassen haben. Diese Familie kommt aus Togo und lebt seit 20 Jahren in Deutschland. Jetzt ist ja gerade Fußball-Weltmeisterschaft gewesen. Ja. Ja? Wie war es? Habt ihr geguckt? Ja. Und welche Mannschaft hat euch am besten gefallen? Nee, Brasilien. Und dir? Deutschland. Eine Kampe-Geschichte haben wir noch. Wir besuchen die begeisterte Fotografin Susanne Kuscholke. Und die fotografiert seit über 10 Jahren die Kirschbäume in ihrer Straße. Ja, beim Fernsehen ist ja nichts unmöglich. Hier gibt es Kirschen aus dem Glas, aus der Retorte. Die haben ja schon im April geblüht. Und Susanne Kuscholke liebt diese Kirschen zu fotografieren. Auf jeden Fall. Jedes Jahr aufs Neue. Sie wohnen aber auch schon seit 48 Jahren auf dem Langen Kampe. Früher soll der Zirkus hier durchgezogen sein. Stimmt. Die sind dann am Ostbahnhof angekommen und dann sind sie mit den Elefanten hier über dem Langen Kampe. Das war für uns Kinder natürlich immer ein großes Hallo. Die Elefanten haben was fallen gelassen. Das war dann ein schöner Dünger für die Kirschen, oder was? Wahrscheinlich. Doch auch wenn die Ausblicke heute besser geworden sind, kein Elefant mehr. Weit und breit. Auf den Geisenpeter und die Heidi warten wir hier umsonst. Denn das ist auf dem Langen Kampe von hinten. Und mit diesen idyllischen Bildern, hmm, Insekten. Tschüss.